... mit Kurzhaar, sehr, sehr selbstsichere Hunde. Chihuahuas entgeht nichts, denn sie sind, hören, alles sehen, alles kriegen, alles mit. Angenehm zu halten, möchten aber auch bewegt werden. Also nicht, dass man denkt, so einen kleinen Hund kann man wie eine Katze aufs Katzenkohle lassen. Damit sind sie nicht zufrieden. Sie wollen schon unterwegs und beschäftigt werden. Planker muss etwas mehr gepflegt werden als kurzer Variante. Farben sind hier alles möglich beim Chihuahua, kein Problem. Man kann hier natürlich überall mitgeben, in der Tasche rein, auch ins Flugzeug, kein Problem. Das war der Chihuahua-Kleidstoff der Welt aus Mexiko. Dankeschön, der Gruppe.